Mich haben die Leute die letzten Tage gefragt, ob ich verlobt sei oder sogar geheiratet hätte, weil ich trage seit diesem Jahr einen neuen Ring an meiner linken Hand und das sieht wohl so aus, als ob ich verlobt bin. Aber ich kann Entwarnung geben, ich bin weder verheiratet noch verlobt, obwohl Jessica Patschka, die Bachelorette, auch diesen Ring trägt und Gitta Sachs sogar auch, aber wir tragen nur den gleichen Ring und sind nicht miteinander verlobt. Dieser Ring ist ein Feng Shui Reichtumsring, der mir dieses Jahr ganz ganz viel Reichtum und Erfolg bringen wird. Reichtum, da geht es gar nicht mal um Geld, sondern ich werde reichern ganz ganz vielen Dingen. Also ich bin ganz begeistert von meinem neuen Ring und was sagt ihr denn zu meinem neuen Ring? Die Männer tragen übrigens den Ring am Mittelfinger der linken Hand und die Damen am Mittelfinger der rechten Hand. Guckt doch mal bei der Gabriele vorbei, ich finde sie hat richtig coole Sachen und bin sehr happy über meinen Ring.